Hallo Leute, mein Name ist Hotzezee und willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft. In der heutigen Folge machen wir was mit den Kollegen hier vom Server. Wir werden die Widderskulls, die wir gesammelt haben, und es sind inzwischen ein paar zusätzliche dazugekommen, die werden wir brauchen. Aber weil nicht alle bereits eine Elytra haben, habe ich mir gedacht, hier beim Portal zum End oder zum Stronghold setze ich mal einen Marktstand auf und dann können wir ja vielleicht Elytras verleihen. Es ist nicht wirklich ein furchtbar schöner Marktstand, aber er wird es tun. Und hier sind die Details. Für eine völlig voll enchantete Elytra pro Tag, nicht pro Minecraft Tag, pro Real Life Day, ein Goldblock oder ein Netherite Scrap. Und sollte die Elytra verloren gehen, ein Stack Golden Ingots oder ein Netherite Ingot. Vielleicht komme ich ja so an ein paar Ingots ran. Willkommen beim Elytra Verleih. Für nur ein Goldblock oder ein Netherite Scrap gibt es eine voll enchantete Elytra für einen Tag. Hm, hm, Interesse? Sehr cool. Sky's the limit. Okay, nur noch Raketen. Was brauchen Sie? Schön. Was braucht man zuerst, wenn man eine Elytra bekommt? Ähm, Mist auch Cheesy. Ja. Können Sie das gebrauchen? Eine Raketen. Oh, sehr gut. Dankeschön. Was passiert, wenn ich die werfe? Hast du noch ein paar Raketen? Ein paar Raketen? Warte, hier. Da, 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 da. Danke. Wahrscheinlich teleportierst nur du ohne Pferd. Aber gute Frage. Ja. Okay. Wollen müssen wir. Gehen wir es an. Okay, dann gehen wir hier ein bisschen auf das offene Feld. Und ihr wisst alle, was euch erwartet. Chaos. 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 Ein Video baut man, indem man mit Soulcent so eine T-Form baut. Und dann kommen oben drauf die drei Köpfe. Und dann der Wetter hat, wird gleich explodieren. Und er hat den Wiedereffekt. Und in der ersten Hälfte. Und in der ersten Hälfte. fliegt er nach oben. Danach fliegt er nach unten. Ich glaube, wenn wir ihn auf das offene Wasser rausbringen, dann können wir ihn da sein lassen. Bis in alle Ewigkeit. Wer hat den Rest von meinem Zeug? Ich habe den Rest. Wollen wir ihn nicht besiegen? Ich glaube, wir haben festgestellt, dass wir es so nicht schaffen. Wir müssen trainieren. Okay. Wie ihr mitbekommen habt und wie ihr an der zerstörten Landschaft hier hinter mir sehen könnt, war unser initialer Plan nicht ganz erfolgreich. Und der Weser ist irgendwo noch da draußen und spielt mit Delfinen und Schildkröten rum. Aber wir kommen sicher zurück. Also bis dann und tschüss.